Hallo, hier ist ihr und willkommen zurück zu Let's Play Lufia in the Fortress of Doom. Ich war einkaufen und zwar fleißig und ihr seht schon, ich habe immer noch eine Menge Geld und zwar sogar mehr als vorher. Das liegt daran, dass ich mein Miracle verkauft habe, was ich vorher gefunden habe. Das hat sich für 2500 verkauft und dadurch konnte ich mir dann alles leisten. Ich würde, ich meine, ich sage mal so, wir haben später so viele Miracles, da ist das eigentlich gar kein Ding. Ich habe da meistens später so 60, 70 von, von daher. Auf jeden Fall, um den Park vorzuwarnen, müssen wir mit dem Innkeeper reden und der scheint sich mit diesem kleinen Jungen auszukennen. Aha. Okay. Ah, das macht aber Sinn. Ah, das heißt, er ist ein armer Wissenschaftler, der irgendwas, ja, sich um irgendwas kümmert, was keine Sau interessiert, würde ich mal meinen. Ja, wa? Ah, das heißt, die Leute gehen mit gutem Gewissen daran und ignorieren, dass er klaut. Hauptsache, er hat Essen auf dem Tisch, ne? Das ist aber sehr freundlich von dem. Äh, nein, nein, wir müssen nicht mal übernachten, Hauptsache wir reden mit ihm, denn wir brauchen diese Informationen, damit der Kuro natürlich rein zufälligerweise dann bei uns auftaucht. Das passt doch. Ja, natürlich. Ja, irgendwer muss sich ja drum kümmern, ne? Ach, wirklich? Das wäre nicht ziemlich geil? Ich habe dir nämlich schon ein paar Great Positions gegeben. Ach, was? Du bist stärker als ich, du haust viel kräftiger rein als ich. Was? Wie kann die Armee sich nicht dafür interessieren? Ich meine, für was existiert sie denn sonst, als die Bösen zu vernichten, ne? Ja, definitiv gehen wir erstmal rüber nach Grenoble. Ja, wir wollen ja wissen, was mit der Teja ist, ne? Und, da Guri jetzt wieder neu gejoint ist, müssen wir ihn mal wieder im Combat Order, whoops, nein. Vor Luffy erstellen, das zum einen. Zum anderen habe ich ihm das Equip noch nicht gegeben. Ich habe ihm die Sachen schon gekauft, die mir wichtig waren. Einmal hier die Ten-Nummer. Dabei sieht ihr nämlich auch noch, inwiefern sich seine ganze Verteidigung und seine Werte verbessern. Ding ist, ich habe keine neuen Schuhe gekauft, weil ich finde, das lohnt sich nicht, weil wir eh welche finden werden. Und ihm kein Schild geholt, anders als dem Helden. Einfach, weil wir in sehr naher Zukunft eh ein weiteres Ten-Schild finden werden. Aber gut, dann verlassen wir den Ort, mal dann verlassen wir ihn. So, rüber nach Grenoble. Offensichtlich gibt es hier nur eine Richtung. Und ein paar neue Gegner, mehr oder weniger. Ihr erinnert euch an die Mini-Demons aus dem letzten Bosskampf. So stark sind die hier bei weitem nicht. Das ist ein ziemlich simpel Vergleich. Allerdings können sie sehr ordentlich zuhören, beziehungsweise den Flash-Zauber anwenden. Von daher würde ich es empfehlen, diese als erstes zu kennen. Die Boar Worms sind nicht wirklich eine große Gefahr. Ihr seht schon, die ziehen kaum noch was ab. Ja. Aber dennoch, gewappnet sollte man definitiv hier sein. Ihr solltet in etwa auf meinem Level sein, falls ihr das Spiel selber hier spielt. Vorzugsweise natürlich höher, aber es muss nicht sein. Also ich zeige natürlich gerne, dass das Spiel ohne Level... Ah, der hat mir Null abgezogen, du Schwächschling. Aber ich zeige gerne, dass das Spiel ohne Level-Grinding machbar ist. Aber es macht mir so einfach mehr Spaß, weil Level zu grinden und dann die Gegner so easy zu vernichten, das ist einfach nicht das Wahre für mich. Ich will lieber einen spannenden Kampf haben, der eben länger dauern könnte. Aber gut. Und hier haben wir die Stadt. Aber was wird uns hier drin erwarten? Finden wir es heute aus. Na dann, Grenoble. Das hat ja gar nicht so lange gedauert. Finden wir mal raus, ob hier sich irgendwer... Ja, genau deswegen sind wir nämlich hier. Ah, okay. Okay, okay. Nehmen wir die Information erstmal. Hier übrigens, ihr habt eine Potion. Und dieser nette Typ hier verkauft, wie gesagt, genau dasselbe wie vorher. Ich habe vorher auch keine Waffen gebraucht. Aber falls ihr irgendwo noch was braucht, definitiv hier einfach nochmal einkaufen gehen. Oh, ich hoffe doch, es geht ihm gut. Was ist die Old Cave? Willst du uns noch nicht sagen, Schwer? Keine Sorge. Finden wir raus. Früh genug, früh genug. Ähm, heilen. Ja, Luffy hat ein bisschen wenig an Magiepunkte. 40 Gold. Na gut, von mir aus. Ich habe es gerade, weil ich will Lufis Magie doch ganz gerne aufladen, weil es wäre mir ganz wichtig. So wie die Klöße, die sind mir auch wichtig. Nicht Döner, nicht Baguetti, nein. Thüringer Klöße müssen es sein. Hm. Ja, tut mir leid manchmal. Ich kann diesen kompletten Spruch größtenteils unterdrücken, aber hin und wieder will er dann leider doch raus. Es tut mir sehr leid. Ich kann nicht anders. Aber ich muss immer an dieses Klöße-Li denken, ey. Nur weil ich es einmal bei Tuff auf Brosin gesehen habe, vor Ewigkeiten. Und es geht mir nicht mehr aus dem Kauf. Hm, 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 hm. Okay, scheint das Ding, scheint gar nicht so klein zu sein. Ja, hier könnten wir noch ein bisschen was an Items kaufen. Wie gesagt, falls euch Verteidigungs-Items oder so noch fehlen, also irgendwas zur Abwehr, kauft es hier. Und das ist so das Ding. Ich bin der Meinung, wir müssen wirklich tatsächlich jedes Mal, wenn wir hingehen, die 50 Gold zahlen, was ein bisschen blöd gemacht ist vom Spiel. Aber dafür kriegen wir auch eine Speed Potion. Aufheben wir später. Und. Oh ja, die Old Cave hat eine Menge an Drohnen. Wirklich, wirklich massiv viel. Und hier finden wir noch eine Spell Potion. Spell Potion geht definitiv an den Helden. Zack, Dankeschön. Ein bisschen mehr Magie schadet eigentlich nie. Übrigens, ihr seht schon dieser nette Typ hier. Der steht nämlich hier auf der Seite. Wenn wir versucht hätten, von der Seite hier hochzukommen, würde er uns immer den Weg versperren. Das ist so ein bisschen blöd gemacht vom Spiel. Aber gut, ich nehme es einfach mal so hin. Genau. Auf jedem fünften neuen Level, den wir haben, können wir ein weiteres Mal in die Old Cave gehen. Das ganze Ding hat nämlich, ich denke mal so viel kann ich sagen, sieben Eil. Ich glaube wirklich sieben Floors. Und das geht eben hoch bis Level 35. Das heißt, ihr müsst mindestens Level 5 sein für die erste. Das solltet ihr definitiv hier sein. Und dann, wenn wir Level 10 sind, könnten wir direkt nochmal rein und so weiter und so fort. Aber je nachdem werden natürlich auch die Monster stärker, ne? Na, kennst du einen Athea? Für dich sind wir hier. Ah, wirklich? Bitte erzähl mir mehr. Willst du mein Geld haben? Fairykisstreasure im zweiten Level von der Old Cave. Beziehungsweise zweite Ebene. Merkt euch das mal für später, weil das ist wirklich ganz interessant gemacht vom Spiel. Nur Frauen können dorthin gehen. Merkt euch das, merkt euch das mal. Aber gut, holen wir ihm diesen Frauenkiss mal. Das, so funktioniert hier Old Cave immer. Ihr könnt in die Ebene gehen, ihr könnt alle Schatz drin holen, die es dort gibt. Allerdings gibt es dort einen besonderen Schatz, den diese Leute hier haben wollen. Und dafür geben sie euch eben ein gewisses Maß an Gold. Wobei man diese Sachen teilweise im normalen Shop für mehr Geld verkaufen kann. Der einzige Unterschied ist, und ja, es befindet sich ziemlich nah an der Stadt. Der einzige Unterschied ist, ich glaube, man muss die Schätze an diese Leute hier verkaufen, damit man in die nächsten Ebenen gehen kann. Ich habe es nie anders versucht, aber ich denke, da ist das vom Spiel so gedacht, dass ich glaube, wenn ihr die Sachen irgendwo verkauft, dann funktioniert das nicht. Moment, lässt er mich... Da, ihr seht schon. Man geht einmal drüber. So billig, oder? Ich war doch eben da. Was, wenn ich irgendwie Luffy da vergessen hätte? Also wirklich spiel. Kannst du mir mal. Das ist echt ein bisschen böse gemacht. Ich meine, aber gut, aber gut. Was ich mich gerade frage... Gut, hier gibt es sogar eine Möglichkeit zu speichern. Das hat mich nur mal interessiert. Ich meine, gut, ich habe meine Safe State zum Speichern zwischen den Episoden, aber trotzdem. Ja, es gibt eine Menge Ringe, und diese werden auch noch ziemlich nützlich werden, aber dazu kommen wir dann, wenn ich weitere Ringe finde. Ich meine, im Moment haben wir nur den Days Ring, der für den Anfang ja recht okay ist, und... Ach komm, speichern wir mal. Wie lange spielen wir eigentlich schon? Ich würde gern speichern. Äh, ja. Alles klar, dann rüber zur Old Cave. Die ist glücklicherweise nicht so weit von hier entfernt. Aber wir haben sogar neue Gegner, und zwar die Ruzards. Diese sollten eigentlich mit einem Flash Spell von Luffy ziemlich schnell down gehen, ich hoffe es zumindest. Ansonsten, diese komischen neuen Echsen da drüben, die halten auch nicht mehr aus, als die, die wir vorher gesehen haben. Naja, zumindest im Verhältnis halten sie nicht wirklich mehr aus. Also von daher sage ich doch Flash Spell. Tritt sie a lohn. Übrigens, ich finde das eigentlich ganz ordentlich, dass das Level-System hier so ist, dass die Charaktere nach Level neue Magie lernen, und nicht, wie zum Beispiel in Final Fantasy XIII, ihr die Erfahrungspunkte eben reinhauen müsst. Aber, ist geschmacksam. Aber ich mag es eigentlich lieber so wie ihr. Aber gut. Wobei so ein ordentliches System, wo man selber die Skills anbringen kann, ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, da wollten wir gerne hin. Na, dann nehmen wir den Fahrstuhl. Ich würde gerne ins Zweite gehen. Beziehungsweise runter auf die zweite Ebene. Hier gibt es einiges an Drohnen. Achten wir mal darauf, dass wir nichts übersehen. Erstmal hier, leer. Und übrigens, diese Empty Treasures, die zählen genauso zu eurer 100% Schatzliste mit. Das heißt, ihr müsst diese Schatztruhen, wo nichts drin ist, tatsächlich auch öffnen. Das nur so als Information nebenbei. Komm schon, sauber. Zett, kriegst du den anderen Down? Das wäre eigentlich ganz wichtig. Danke. Boah, nur 25. Was für ein massiver Unterschied durch diese paar Great Potions, die schon zwischen den beiden herrscht. Ich meine, die sind auf demselben Level und Aguru macht so viel mehr Damage. Und mit Arrow. Gut, im Moment brauche ich ihn nicht, aber gut, dass er da ist. Und noch ein High Magic. High Magic, bin ich der Meinung, lebt die Magiepunkte auf. Kann ganz interessant sein. Definitiv aufheben. Gut, eigentlich wollte ich den Kampf schneiden, aber jetzt kann ich das mal zeigen. Und zwar ist Lufia jetzt wirklich in der Lage. Gut, ich meine, im Moment sollte sie es sowieso sein, weil sie jetzt so ein hohes Level hat. Im Vergleich vorher war sie ja, glaube ich, Level 5, wo sie das schon hätte machen können. Aber ihr seht schon, Giant Bats sind komplett alle One-Hit mit einem Deuce-Spare. Finde ich ganz nützlich. So, hier drüben nehmen wir die mal kurz mit, die empty ist. Hier ist auch nochmal empty. Und um weiterzukommen, müssen wir erneut den Float-Spare. Solltet ihr also definitiv hier schon haben. Ich bin der Meinung, irgendwo hier war sogar noch eine Truhe. Ja, eine Ex-Potion. Alles klar. Dürfte die Lebenspunkte komplett voll machen, wie in Final Fantasy. Noch eine Potion. Noch ein Sleep Arrow. Sleep Arrow wird über... über... interessant, sag ich mal. Es wird noch interessant. Ah, okay. Noch ein paar neue Gegner. Und zwar Rats. Eigentlich nichts Besonderes. Gibt einfach ein Flash schwer drauf und die Viecher sollten down gehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Sleep Arrows sind eben in der Lage, Gegner einzuschläfern. Und das wird für einen speziellen Kampf ziemlich wichtig, weil der sonst sehr schwer zu bewerkstelligen ist. Ich denke mal, so viel kann ich sagen. Mann, seid ihr schwach. Gosh, Akku hoch 35, der hält dagegen nur 31. Aber wir können dem Held gleich ein bisschen Abhilfe schaffen, damit ein bisschen mehr Damage steht. Und zwar ist hier der Power Ring versteckt. Diesen will ich den Held geben. Und zwar, der Power Ring erhöht zwar die physische Angriffskraft und deswegen wäre es eigentlich ganz cool, das Aguru zu geben. Aber ich finde, Aguru braucht doch seine Magieresistenz. Ich meine, er hat so geringe und wenn ein starker Zauber kommt, dann wäre er wirklich one it und das wäre ganz schön kacke. Na, einmal diese dummen randomen Encounter. Auf jeden Fall, wenn wir Float benutzen, bin ich der Meinung, dass es aufhört zu rücken, sobald wir von einem dieser Stellen runtergelaufen sind. Das heißt, wenn ich jetzt nach oben laufe... Nein, es wirkt noch. Okay, wahrscheinlich, weil Aguru in dem Moment noch auf dem Matschboden war. Gut, das würde das zumindest erkennen. Gut, gut, gut. Auf jeden Fall, hier gibt es noch mal einiges an Drohnen. Empty. Float. Float Item funktioniert übrigens genauso wie der Float Spell und den werde ich auch direkt hier benutzen, weil er mir sonst einfach quasi einen Itemplatz wegnimmt und das lohnt sich nicht, weil ich den Zauber eh besitze. Und hier kriegen wir noch einen Ten Shield, deswegen habe ich nur eins gekauft und ein Drachenei. Dracheneier sind ziemlich wichtig in diesem Spiel, wenn es funktioniert so ähnlich wie mit den Dragonboards. Ihr findet die richtige Anzahl davon beziehungsweise alle und könnt euch dann etwas wünschen. Allerdings gibt es dazu noch ein bisschen mehr zu sagen, aber ich denke mal, das erkläre ich später. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, das E-Küpp. Das Schild, bitteschön. Aber was genau noch hinter den Dracheneiern steckt, ich werde es ein bisschen später erklären. Ein bisschen später. Und hier finden wir noch mal Cloth Shoes. Deswegen habe ich diese vorher auch noch nicht gekauft und gebe sie dem Helden, weil er definitiv in der ersten Runde wohl die höchste Verteidigung braucht. Schaut mal, wie hoch die von Aguru ist. Das ist Psycho. Psycho. Jedenfalls. Seht ihr schon? Nur Frauen dürfen rein. Ich weiß nicht, wie. Das ist so genial. Ich meine, schaut mal. Nur Frauen dürfen rein. Das ist nur ein Schild dort, worauf steht nur Frauen dürfen rein. Und aus diesem Grunde geht nur Luffy rein. Und deswegen hat der alte Mann nämlich gesagt, er kommt selber nicht an diesen Fairy Kiss ran. Interessant irgendwie, oder? Ich meine, so ein einfaches Schild, es gibt keine Wachen hier, aber hey, wir halten uns dran. Jedenfalls sind hier die letzten fünf Schatztruhen drin, die wir definitiv haben wollen. Ein Dress, ein Hairband, Heal Juice. Die können wir, meine ich, sogar Luffy direkt geben. Was? Die sind sogar schlechter. Aber die haben mehr, gut, die haben mehr Angriffskraft. Das wäre das einzig Interessante, aber lohnt sich meiner Meinung nach nicht, weil sie greift für sich sowieso so selten an. Da ist mir das nicht wert. Solange sie magiert, zauber ich eigentlich lieber. Und da haben wir den Fairy Kiss, den der alte Mann unbedingt haben wollte. Und ein paar Earrings, aber ich denke, das kann ich dir doch geben, oder? Das dürfte von Vorteil sein. Auch nicht. Ich sollte mal ein bisschen mehr meine Augen auf dem Walkthrough haben, wenn ich uns so ein bisschen erzähle. Jedenfalls, das wäre alles. Eigentlich können hier auch random Encounter kommen. Aber gut, ich hatte scheinbar Glück. Ich schätze mal, die Encounterrate ist dort viel geringer. Alles klar. Dann gehen wir zurück nach Grenoble. Aber was wird uns der alte Mann schönes erzählen, dafür, dass wir ihn in den Fairy Kiss bringen? Finde uns raus beim nächsten Mal in Let's Play Lufia and the Fortress of Doom. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020